Was ist für die St. Galler Kantonalbank ein ausgezeichnetes Jahr? 2017 war für die St. Galler Kantonalbank ein ausgezeichnetes Jahr. Der Reingewinn ist um 7% auf 156 Millionen Franken angestiegen. Ausgezeichnet entwickelt haben sich auch die verwalteten Vermögen. Immer mehr Leute vertrauen ihr Geld unserer Bank an, sodass die verwalteten Vermögen um über 10% auf über 42 Milliarden Franken angestiegen sind. So viele Vermögen haben wir noch nie verwaltet. Das ist ein schöner Erfolgsausweis und zeigt auch, dass unsere Strategie stimmt. Aufgrund des sehr guten Ergebnisses beantreibt der Verwaltungsrat der Generalversammlung eine Erhöhung der Dividenden. Die Basisdividenden sollen um 1 Franken auf 16 Franken erhöht werden. Aufgrund des 150-Jährjubiläums möchte der Verwaltungsrat eine zusätzliche Jubiläumsdividende sprechen von 1.50 Franken. Insgesamt sollen also die Dividenden um 2.50 Franken oder fast 17% erhöht werden. Die Konjunktur ist unverändert gut, die Zinsen werden unverändert tief bleiben und deshalb gehen wir für das laufende Jahr eines Ergebnisses in etwa im Rahmen des Vorjahres aus. Das Jahr 2018 ist für die St. Galler Kantonalbank ein ganz grosses Jahr. Mit insgesamt 39 Projekten in der ganzen Region werden wir unser 150-Jährjubiläum feiern. Getreu nach unserem Motto gemeinsam weiter wachsen. Wollen wir gemeinsam mit der Bevölkerung begeistern und gemeinsam mit der Bevölkerung feiern. Mit diesen Projekten wollen wir aber weiterhin auswirken, nicht nur im Jubiläumsjahr, sondern nachhaltige Werte für unsere Region schaffen. Unser Jubiläum und unsere Projekte sind ein Dank an die Bevölkerung für das Vertrauen, das sie der St. Galler Kantonalbank entgegenbringt. Es ist aber auch ein Dank unserer Mitarbeitenden. Sie haben die über 640 Tageseinsätze wahnsinnig gearbeitet. Sie haben geschaufelt, sie haben Baumstämmen geschält und sie haben Brücken gebaut. Daraus sind schöne, spektakuläre, aber auch feine Projekte entstanden. Wir sind stolz auf jedes einzelne von diesen Projekten. Wir freuen uns jetzt auf das Jahr 2018, auf all diese Veranstaltungen, wo wir gemeinsam mit Ihnen das 150-Jährjubiläum der St. Galler Kantonalbank feiern dürfen. Bei allen Investitionen in Digitalisierung steht für die St. Galler Kantonalbank etwas im Vordergrund. Das Bankgeschäft soll für unsere Kunden einfacher und bequemer und gleichzeitig schneller und günstiger werden. Der Kunde soll selber entscheiden können, auf welchem Weg, in welcher Art und Weise er mit der Bank in Kontakt treten und das Geschäft mit der Bank abschliessen. Sei das über den Computer, über das Smartphone oder auch persönlich, physisch vor Ort in unseren Niederlassungen. Wir investieren gezielt in drei Bereiche. Erstens investieren wir in unsere Filialen, in unser Niederlassungsnetz. Das soll jederzeit modern, angenehm und bequem sein. Zweitens investieren wir in den Ausbau von unserem digitalen Angebot. So kann man heute beispielsweise bei uns ein Konto online eröffnen. Man kann bei einem Hauskauf eine Hypothek online abschliessen oder man kann auch online sparen. Und ein dritter, wichtiger Bereich ist für uns, dass wir die digitalen Instrumente auch dazu nutzen, unsere internen Prozesse effizienter, schneller und kostengünstiger zu machen. Damit unsere Mitarbeiter nachher mehr Zeit für das haben, was wirklich wichtig ist. Nämlich die persönliche Beratung von unseren Kundinnen und Kunden. Körnchen und Kunden Körnchen und Körnchen Körnchen und Körnchen Körnchen Vielen Dank.